Unsere Nummer 42, Ola Bell. Diese Schimmelstute, geboren im Jahr 2019, sie ist 1,74 Meter im Stockmaß gemessen. Unter dem Sattel von Roman Duschak konnte Ola Bell bereits einen Sieg und mehrere Platzierungen in Springpferdeprüfungen erzielen. Eine Origi-Do-Tochter mit besten Zukunftsaussichten. Aus der ersten Generation ihres Mutterstammes ist der gekürte Hengst Queenstown von Quite 1, international 1,45 Meter erfolgreich unter Eva Frizzogra. Ladies and Gentlemen, Lot No. 42, Ola Bell. She is 17,5 Hands High. Under the Sattel of Roman Duschak, Ola Bell has already achieved one victory and several placings and tests for young showjumpers. An Origi-Do-Tochter with excellent prospects for the future.